Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und hiermit ein fröhliches Hallo vom Lenimo, wir spielen Reto City Rampage. Tja, ich hab mir gedacht, ich eröffne mal einen kleinen, ja, Nebenkriegsschauplatz. Das heißt, ein kleines Nebenprojekt neben meinem bisherigen. Ich weiß nicht, wie regelmäßig da die Uploads kommen werden. Tja, ich dachte mir, wo ich sowieso einen Kanal habe, wo sich doch ein paar ältere Herren versammelt haben, können wir doch mal ein Spiel spielen, wo es massig Anspielungen auf diese alten Titel gibt, die wir vielleicht in unserer Jugend gespielt haben. Ich glaube, wer ein wenig Ahnung von Videospielen der 80er und 90er Jahre, so wie der Popkultur hat, dürfte an diesem Spiel wirklich seinen Spaß haben, denn es gibt hier jede Menge Anspielungen. Ich würde sagen, wir starten das Spiel erstmal. So, wir spielen in Story-Modus, starten ein neues Spiel. Theftropolis, 18. Oktober 1995. Spieler, viele Dollar, Reisen, Text, äh, Extra-Bodus, Spieler, wo soll ich unterschreiben? Ok, drei Jahre später. Jo, ich bin's. Der Kuh steigt heute, also auf zum Versteck, und zwar pronto. So, hier sieht man schon die ersten Anspielungen. Da oben haben wir, sehen hier, Load 8,1. Kennen C64-Besitzer. Und, äh, tja, was haben wir hier schon? Den Skaten-Buy-Shop. Also, wer Skate or Die damals gespielt hat, der wird sich selbst an diesen Schriftzug erinnern. Stand, glaube ich, über den Shop damals Skate or Die. Hier heißt es Skaten-Buy. Und auch der Besitzer hat deutliche Ähnlichkeiten mit dem Besitzer von damals, bloß der Punk war ein wenig fetter. Hier kann man Skateboards kaufen, das ist auch schon ganz nett. Und, äh, wir sehen da an der Wand sogar hier diese, äh, Pufferstangen. Ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen. Ihr wisst schon, die, die American Gladiators da verwendet haben, um sich gegenseitig vom Podest zu stoßen. Da gab's ja auch bei Skate or Die ein Level, wo man da einen anderen Skater im Pool umhauen musste mit den Teilen. So, wir steigen mal ins Auto. Und geben Gas. Äh! Wo geht's denn hier lang? Oh Gott, die Steuerung ist ein bisschen schwammig. Oh oh. Ich glaub, hier übers Eishockey-Feld. Uh! Nein, Quatsch, sind keine Eishockey-Felder. Sind Basketball-Felder. Ah! Ich glaub, ich bin noch in der richtigen Richtung. Also, man merkt schon, es ist natürlich auch an GTA angelehnt, an die alten Teile. So, äh, ich glaub, hier lang. Und man sieht auch Anspielung auf Super Mario. Hier diese komischen Wälder mit den Augen drüber. So, die Polizeistation. Polizeichef O'Ferra. Rookie, welche bekannten Superverbrecher sind zur Zeit... Ach man, die Texte gehen so schnell. Rookie, hm, mal sehen. Rookie, ja, yo, Axel. Sieht aus, als wäre dein altes Problem wieder da. Axel, wir müssen ihm, äh, das Handwerk legen. In der Zwischenzeit. Der Harlequin, ein bekannter Superverbrecher, der zur Zeit auf freiem Fuß ist, äh, informiert seine Handlanger über den nächsten Coup. Verdammt, das geht immer so schnell. Los geht's. Folgt mir. Müsste mal vielleicht in den Optionen gucken, ob man die, äh, Texte ein wenig langsam machen kann. Und so machte sich der Superverbrecher mit seinen Gefolgsleuten im Jahr 1995, äh, auf dem Weg, wichtige Bankgeschäfte zu erledigen. Okay. Das sieht nach der Bank aus. Da oben steht schon ein Bulle, den kann ich steuern. Was ist das? Ein Vogel. Ah, eine Ente. Alles klar, kennen wir doch aus. Da kann den Hund und die Ente auch. Na gut. Okay, das scheinen die Bankräuber zu sein. Hm, die Felder erinnern ein wenig an Bomba-Man da unten. So. Ups, hab ich das gerade gar nicht vorgelesen. Was haben wir hier? Dude. Äh. Ich glaube nicht, dass ich heute bis zum Abendessen daheim im Boss. Nee, sieht nicht so aus. Der Sensemann kommt ihn holen. Ratten. Das war, äh, das Harlekin-Mobil mit der, äh, Powerlenkung. Sieht so aus, als wärst du der, äh, wärst du gerade zum Chauffeur befördert worden. Rainer, du kommst, äh, bekommst deine Fahrausbildung unterwegs. Na, so wie ich fahre, wird das bestimmt eine lustige Angelegenheit. Oh, wird hier alles plattmalzen. Da hat man teilweise auch gar nicht so die Zeit auf, alles zu achten, was hier möglicherweise an Easter Eggs zu sehen ist. Also da könnt ihr mir ruhig mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch das Video anseht, was ihr alles hier entdeckt habt. Hier fällt ja auch nicht alles auf. Man kann ja auch nicht jedes Spiel kennen, was hier möglicherweise irgendwo eine kleine Erwähnung gefunden hat. So, immer weiter geradeaus. Über die Rampe. So, äh, wir müssen Spuren verwischen. Nimm zuerst diese Waffe und zerstöre das Auto. Okay, sammeln wir mal die Waffe auf. Äh, könnte eine leichte Anspielung auf Zelda gewesen sein, so wie die Waffe hochkommen hat. Äh. Das hält aber ganz schön was aus, die blöde Karre. Jetzt, komm, explodier doch, du blödes Drecksteil. Gute Arbeit. Zum Apfelsrohr. Tief einatmen. Okay, runter da. Okay, der Level scheint definitiv eine Anspielung auf das allererste Turtle-Spiel zu sein, was ich fürs NES kenne. Ja, da oben sehen wir auch schon so kleine Schildkröten rumrennen. Nach den Ninja-Turtles sehen die mir jetzt noch nicht aus. So, ab da hoch, dann mal die Leiter rauf. Nimm dieses Gewehr und mach den Weg frei. Okay. Kümmer dich um die Sicherheitsbeamten, damit wir durch den Seitenangereien können. Alles klar, mach ich. Deckung gehen. Okay. Der erste isometrische Shooter mit Deckungssystem, wie es mir scheint. So, ich knall die Bullen dann mal ab. Komm, zieh doch mal ein bisschen besser. Das ist nicht so leicht, vernünftig zu schießen. So, die Bullen haben mich weggebratzt. So, die Waffen werden eingesackt. Und ab zum Lieferanteneingang. Ähm. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute Abend präsentieren wir Ihnen einen guten alten Banküberfall. Sie kennen alle die Formalitäten. Kümmer du dich mit dem Handlanger Nummer 3 um den Tresorraum. Okay, dann gehen wir mal ab in den Tresorraum. So, hinter... Ähm. Okay, für diesen Job könntest du etwas Deckung gebrauchen. Gut, platzieren wir uns mal hier. So, der Tresor ist auf. Ab und rein, da. Äh. Gehst du wohl da rein? Springen wir runter und schnappen wir uns ein paar Beutesäcke. Hm. Also irgendwie hat der Banktresor doch ein wenig Ähnlichkeit mit Dagobers Geldspeicher. Hier gibt es einen Bademeister-Turm und ein paar Ligen dran. Okay, raus da. Taxi! Hier ist der Busbos. Nummer 5. Du hast die Stoßstange verbeult. Alles klar, Jungs. Laden die Beute hinten ein. So, einladen. Geht die? B drücken. So, rein mit dem Krempel. Fahrrad, Zeit, die Sache hier ins Rollen zu bringen. Äh, ja, machen wir. Also, wir fahren jetzt mit dem Bus ohne Vorderräder raus. So. Und, äh, dürfen sogar zuerst mal speichern im Spiel. Akzeptieren. Alles klar. Stufe 2. Äh, ja. Das ist... Okay, ich muss erstmal lesen, was da oben steht. Äh, jetzt ziehen wir einfach mal rüber auf die, äh, Busspur, um die perfekte Flucht hinzulegen. Äh, ja. Gut. Was wollen die denn von mir? Grrrr. Lassen die uns nicht einfach rein? Ja. Wenn sie nicht mitspielen, dann eben auf die harte Tour. Drücke den Knopf am Fußgängerüberweg. Oh, auf die harte Tour. Ja, wir benutzen die Fußgängerampe. Okay. Hier erkennen wir eindeutig eine Anspielung auf Frogger mit der Straße. Ist das dein Ernst? Sie werden mich platt machen wie den Frosch da drüben. Okay, alles klar. Den Frosch Frogger hat's also schon erwischt. Äh, ich hab die Schuhe hier in den grünen Hügeln mitgehen lassen. Sie sollten dir einen Tempo-Vorteil verschaffen. Ähm. Okay, wie benutze ich die denn? Y vielleicht? B. Wenn du diese Schuhe an hast, kannst du mit Überschallgeschwindigkeit laufen. Den Verkehr ausweichen und Passanten umrempeln. Hm, das klingt doch mal nett. Das machen wir auch gleich erst mal die ersten Passanten weg. Rammer. So. Alles kapiert und jetzt über die Straße, Handlanger. Handlanger. Frischheit. Hm, einfach über die Straße laufen. Uh, uh, ah. Verdammt. Der hat mich einfach platt gefahren, der Bus. Äh. Wie seht mich gerade? Uff. Verdammt, jetzt muss ich jetzt mal wieder ins Bild laufen. Ich glaube, man muss erst mal ein bisschen Schwung holen, damit man den Speed drauf kriegt. Jetzt, 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 jetzt. Ah. Geschafft. Gut, das war leichter als Frogger damals. Der arme Frogger wird von einem Bus nach dem anderen überfahren. Grr. Sie lassen uns immer noch nicht rein. Gut, vergiss die Diskussion. Zeit für Plan B. Hm, was haben wir denn? Okay, dann schießen wir einfach die Busse ab. Ehrlich. Das erinnert doch stark an GTA. Da habe ich auch immer gerne Kreuzungen in der Richtung verbaut. So, hoppla. Da habe ich wohl ein wenig übertrieben. Ja, sieht so aus. Boss, die Beute. Hui. Das ist deine Schuld, Nummer drei. Sieht so aus, als müssten wir jetzt zu Fuß weitergehen. Hm, okay, dann zu Fuß. Wir brauchen neue Beute. Rauben wir den Gemischtwarenladen aus. Das ist mal eine tolle Idee. Äh, was? Die Bullen sind schon auf unseren Fersen. Hier spricht die Polizei. Oh, äh, hier spricht der Polizeichef O'Fara. Wir haben euch umzingelt. Macht den Weg frei. Und gebt mir meine Schuhe zurück. Äh. Hilfe. Verschwinde, du blöder Bulle. Äh. So. Äh, soll ich ihm jetzt deine Schuhe geben? Wie soll ich das machen? Übrigens, diese kleine Nebengasse erinnert mich auch. Irgendwo an Skate or Die. Es gab nicht immer so kleine Gassen, wo man runterskaten musste. Die waren auch mal so schön zugestellt. Und am Ende wartete auch ein Polizeiwagen, auf den man sogar draufkriegen konnte mit dem Skateboard. Oh Mann, ich werde hier ganz schön zusammengeschossen. Hm. Kann ich hier einfach mich durchballern? Überlebe ich das dann? Die blöden Bullen gehen ja alle hier in Deckung. Okay, die Bullen flüchten. So, was haben wir hier? Popautomat. Drücke Y zum Kaufen. Okay. Und was gibt es hier? Snackautomat. Drücke Y zum Kaufen. So, ganz schön teuer. 25 Dollar für irgendwelche Süßigkeiten. Ah, los. Ja. Woher soll ich denn los? Diese verdammten... Ah, da kommen Ninja Turtles. Ja, die jagen mich auch noch, oder wie? Am besten Dank. Ja, stimmt. Ich bin ja ein Verbrecher. Verbrecher wurden ja von den Ninja Turtles verpultet. Und das A-Team rückt auch noch an. Verdammte Scheiße. Was geht denn hier ab? Gejagt von diversen Bullen der Stadt, den Turtles und dem A-Team. Ist das jetzt Rambo? Scheiße, Rambo kommt auch noch an. Ah. Verdammt. Weiter geht's. Schnell, schnell, schnell. Ui. Warum fällt ein Scheiß raus hier vom Himmel? Was soll denn das? Ach, Bill & Ted möglicherweise Telefonzettel. Ja, genau, du. Genau, Bill & Ted. Falls ihr den Film kennt, gab es noch Videospiele zu. Hatte ich damals aufgenommen. Ihr ein Spiel zu dem Film? Ja, das dürfte jetzt auf eine Zeitreise hinauslaufen. Spieler, stark. Eine Zeitreisemaschine. Schwerer Raub von Raum und Zeit. Ah, das geht immer so schnell. Ähm, wie übel. Ich glaube, mit dem Ding stimmt was nicht. Beim Warnsignal. Ups. Jetzt frage ich mich, in welcher Zeit ich jetzt... Oh, der Arme. Was auch immer ich da jetzt gerade platt gemacht habe. Oh, Doc. Cool. Der Held ist da. Grundgütiger, der Held ist da. Willkommen, Theftropolis. Intergalaktischer Ausgewählter. Die haben sich aber echt mit Zeitrasen. Erst die Telefonzelle von Bill & Ted jetzt unter DeLorean mit Doc. Oh, äh. Ja, du hast recht. Ich war gerade dabei, das Universum zu retten, als die Telefonzelle streikte. Grundgütiger, das Ding ist praktisch hinüber. Keine Angst, ich stehe dir zur Seite, Auserwählter. Das, was noch da ist, muss zurück in die, äh, in die Laboranlage. Äh. Flachsmagnet aktivieren. Okay, so hieß das Ding aber nicht. Spring ein. Okay, wir schmeißen Doc einfach mal raus. Rutsch rüber, lass mich fahren. Was, äh, was immer du sagst, Mächterer Held. Zum Labor. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gut, dann flitzen wir mal schnell mit der Zeitmaschine auf der Zeitmaschine. Das wird ja langsam etwas metaphorisch. Äh, zum Labor hier. Äh. So. Oh Gott, wo fahren wir hier jetzt lang? Das ist Docs Labor. So, nichts wie rein da. Hm. Gut, pennen wir uns da erstmal aus, wie es in GTA so üblich ist. Wenn man die Mission erstmal geschafft hat, um zu speichern, legte man sich ja auch ins Bett. So, wir pennen und pennen und pennen. Das sieht ganz nach einer Traumsequenz aus, oder was war das jetzt? Kleine Chaos-Tür. Vier von 23. Äh, achso, ich soll mit Raketen auf irgendwas schießen? Okay. Yay. Oh, oh, die Bullen mögen das gar nicht. So, die blase ich dann auch einfach weg. Scheiße. Äh, hoffe ich gebe mir mal die Raketen nicht aus. Ist das ganze Zeitlich begrenzt? Äh. Ah, das A-Team jage ich hoch. Ah, Scheiße. Oh, wie geht's ab? Komm, den A-Team-Bus möchte ich aber doch ganz gern kaputt kriegen. So. Öh, warum geht das Auto ja nicht so schnell kaputt? So, die nächsten Autos auch hoch, ja. Nein. Diese Chaos-Touren gab es ja auch im GTA Vice City. Ich weiß gar nicht, ob es in den alten Gästen auch gab, dass man quasi so viel Chaos wie möglich anstiften musste. Um, äh, bis zu einer gewissen Punktzahl. Scheiß Bullen. Okay, jetzt bekomme ich ein Panzer. Was soll das denn? Ach, warum sollte ich meckern? Einfach mal über alles drüber fahren. Das ist schon wieder der Timer, aber wir werden hier das Chaos auf jeden Fall noch beenden. Also, erstmal alles zerschießen. So, das Schöne ist, man kann auch direkt über die Fahrzeuge drüber fahren. Brauchst sie nicht unbedingt anschießen. So, alle platt machen. So. Na, die Polizeiautos auch schön platt pfeifen. So. Fert mich, ob ich hier auch einfach Autos klauen kann, wie Sportwagen und der Käfer als ETA einfach einen steigenden Fahrer rausschmeißen. Hab ich hier ein bisschen noch gar nicht gemacht. Ich hab immer hier ein Fahrzeug bekommen. So. Alles verschrotten. Na, komm schon. Ich brauch mehr zum Killen. Mehr, mehr. Die Zeit läuft. Nein, die Zeit ist um. Hab ich jetzt irgendwie das Ziel erreicht oder hat's nicht ganz geklappt? Wie sieht's aus, Doc? Doc Choc, ich glaube, ich kann deine Zeit Maschine reparieren. Wir brauchen ein paar Ersatzteile. Das 72-ardrige Verbindungsstück ist total verhundbar. die Texte geht immer so schnell. Fluxkombinator, ja, wer weiß nicht, woher ein Fluxkombinator herkommt. Also, mein Ex-Nachbar Lee sollte uns einen neuen besorgen können. Geh zu Amo, Gunn & Co und frag nach Major Lee Solid. Major Lee Solid? Okay. Nicht, dass da Solid Snake drin steckt. So. Wo sind wir denn? Stufe beendet. Folge den blauen M-Symbolen auf der Karte, um zur nächsten Stufe zu gelangen. Ja, das machen wir, aber ich würde sagen, beim nächsten Mal probieren wir, ob wir einfach so speichern können und dann gucken wir beim nächsten Mal, ob wir da direkt weitermachen können oder ob ich dann an einer anderen Stelle wieder einsetzen muss. So, also akzeptieren, das speichern. Ja, das war's soweit mit der ersten Folge meines Raidro City Rampage Let's Plays. Ich bedanke mich auf jeden Fall, falls ihr zugeschaut habt, das war's. Mal sehen, wie's weitergeht. Ich sag, bis dann.